Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Putz, Pestilenz. Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht. Aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut. Ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Anni. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Sperrwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etaine erhoben und Volltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht. Verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast drei Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ewan. So ein Hundesohn. Verdammt, verstehst du nicht. Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen. Aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte. Griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl widerschlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach zwei Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen. Manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Ich weiß nicht, warum du mir das alles erzählst. Deine Ehe ist dein Problem, nicht meins. Ach, ein Hexer. Das war zu erwarten. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann. Damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum. Du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Mach, was du willst, aber ohne mich. Es ist blanker Irrsinn, in dem Sumpf zu warten und sich mit den Mumen anzulegen. Was soll ich denn machen? Auf dem Arsch sitzen und auf sie warten? Ich nehme ein paar Männer mit und hole sie da raus. Ich habe dich gewarnt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in mir steckt. Ich habe mich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du aus der Festung haben, was du aus der Festung haben, was du aus der Festung haben. Ah! 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 Verdammt! Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Du Hurensohn! Na los, Hurensohn! Komm her! Geh, Hurensohn! Ah! 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 Hmm... Ja. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und tritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. An wen war der Brief gerichtet? An niemanden. Der war so wie dieser hier. Wenn man ihn den Kerlen an der Querung zeigt, lassen sie einen durch. Der ist für mich. Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein. Aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Hm, ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma. Halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Er nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte sich einen C in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, Wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte. Oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst voll ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten. Nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen. Und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde. Und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krehenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich hab das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Hm. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Ich bin ein guter Vater. Untertitelung des ZDF, 2020